Wir sind der freche Bruder vom großen Bruder, der versucht, Sachen ab und zu ein bisschen anders zu machen. Frust ist der größte Gegner einer Mannschaft, weil Frust bringt mit sich höhere Erwartungen, die dann nicht erfüllt werden, Unzufriedenheit und Teamchemie leider verbunden. Wir müssen zusammenhängen, jetzt! Wir sind ein Team, jetzt! Ciao! Bevor das überhaupt ein Thema war, dass er zu uns kommt, wusste ich, dass er gesund ist.